So und Herzlich Willkommen zurück zu Crash Bandicoot 2 Koch-Tags schlägt wieder zurück Ja, wie ihr hört, müsste das mit der Stimme jetzt einigermaßen eigentlich klappen Ja, wir haben in der letzten Folge Crash-Crush-Sende gemacht Da würde ich jetzt besorgen machen wir mal, wie ihr jetzt weiter Äh, Bäh, jetzt haben wir das Jo Zippe rennen an Ne Ah, okay, wir haben Eis-Tragger Also zunächst Oh Äh Okay Ne Ich bin nicht zitierend Alter Das zieht doch nicht Oh Oh Ja, zartig Ähm Alter 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 Oh Okay Ähm Uh Ah Mist Schade Alter's noch aber das ist schon cool ah ich muss vielleicht vorher springen oder? ich muss jetzt mal springen jetzt warum? warum ist jetzt nicht gespritzt? ah ok, falsche tasche ok ne, müsste ich früher machen naja weiter ich habe ja noch zu nehmen, also locker ah ah ne, ich muss nicht springen ich muss von der anderen Seite auf die andere Seite springen ok ah, versuch mal zu ah, jetzt was halt ab ah, gut waa äh 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 sofort ins Winfield geil ah das kann doch nicht wahr hihihi ups also das kann auch gut sind tot Ah, das ist so... Oh, man... Oh, nope. Um... Okay. Wo ist das? Das muss ich mal gern wissen. Egal. Uh, nur 6 Gisten übersehen? Kann mir mehr vor. Naja. Haben es geschafft. Und... Jetzt klappt es. So. Der Ruhrbrauch. Obwohl, diesmal raus aus den Ohren natürlich. Zack. Dann gibt es jetzt... Ach. Noch zwei. Schaue ich mal, ob ich das auch verheißen werde. Schauen wir mal. Aircrash. Ich glaube, ich kann mich zum Beispiel vorstellen, was es vielleicht kommen würde. Aha. Okay. Entschuldigung, das Plattform jetzt ist ja schonmal... So, zwar... Ähm... Nachher. Okay. So... So... Ah... Okay. fährt wieder alles mitnehmen oh Ahhhh, das ist fies, das ist fies, oh der muss echt reden, ups, das wird nicht so weiter Aber jetzt habe ich ihn, das ist fies, das ist fies Ja, das ist fies Das ist ein Poggyzbisch. Kann ich hier die Jetski auch springen? Ich glaub nicht, oder? Entweder ran sprinten oder ich müsste ran zweifelig sein. Ja, was soll ich denn da rausfinden? Komm schon! Ja, ich muss wahrscheinlich ganz gerade rein und dann Sprint machen. Der springt noch! Crash! Nein! Oh, nee! Ja. Tja. Macht mal den Spaß. Macht mal den Spaß. Juuu. Mh. So. So. Eier. Wir haben immer noch so. Umgewicht? Ja. So. 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 5... Ach. Das kann ich es... Ja, ok. Kann das schon schwer sein... Ist klar, wenn man da ein Seiten aufpasst... Aber nicht so schwer. Immer an der Seite, auch immer an der Seite. Entweder übersehe ich was oder ich mache aufs Teil. Ah, die Maske will es machen. Jetzt hoffentlich wird nicht die Maske retten, da ich mich voll so dem Ding in Ruhe reinfahre. Oh, endlich! Super! Ja! Oh! Das geht unter! Komm hoch! Ja! Bonus! Äh, ja! Oh, weiter! Ähm, hallo! Jetzt! Oh! 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 Ich komme nicht daran... Oh, wieso schonmal nicht? Äh. Ja. Jetzt riegelt er. Ich wüsste jetzt erstmal besten will nicht, wie ich den anstiegern könnte. Ich könnte das so versuchten, was ich weiß. Ne, das ist mir zu doof. Ich mach jetzt mal weiter. Weiter. Ja, ich mach ganz normal weiter. Boah, ich will schreit sagen. Ah, nur Kristall. Nein! Ah, Mist. Das ist mir außen vor. Die Lachl auch. Die Lachl. Die Lachl. Die Lachl. Der Lachl. Das ist mir egal, bevor du durchbekommst. Hallo? Ach her? Egal. Ich bin einfach nur durch. Boah! Uah! Oh mein Gott! Und das ist die Maskatte. Ja! Ja! Endlich weg! Ja, okay. Aber das ist mir jetzt gerade sowas von egal. Puh! Und aus dem Moros. Und los! Joa. Das würde ich dann sagen. War es dann auch erstmal für heute. Ich hoffe ihr habt wieder Spaß zu gucken. Diesmal auch mit gut verständlicher Stimme. Joa. Ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Happy Man. Tschüss! Tschüss!